Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Projekt und zwar handelt es sich hier um Panic Runner. Es ist diesmal kein Let's Play, sondern ein fünfteiliges Let's Test und das Spiel hat jemand erstellt, den ich über Facebook kanne, den ich hier auch mal erwähnen werde. Also dann, ich würde sagen, wir beginnen. Scheiße Zeit zu meins auf den Fall. Bei Panic Runner, der Let's Show, der Let's Show, der Let's Show, der Let's Show. Okay. Eie! Scheiße! Okay Leute. Das kann ja was werden. Geht das erst los, wenn ich mich hier irgendwo bewege, oder was? Nein! Shit! Drei. Leute, ich weiß nicht, ob ich mich hier selten dämlich anstelle oder nicht, aber... Oh, ja. Irgendwie recht funny. Ah, shit. Aber nein, kommt schon, Leute, ich werde besser hier. Also, es ist, was wir die kleinsten Zeitvertreib, ey. Also, ich kann euch das nur empfehlen. Irgendwie. Na gut, da muss ich mal einen Link dazu schmacken. Also, wenn ihr noch irgendwas seht, dann schreibt es am besten in die Kommentare. Wenn ihr mal einen Bug oder sowas seht, was ich jetzt nicht sehe, dann, ja. Dann werde ich... Ui! Ich habe mich mit in den Tod getan, ja. Hä? Was ist denn das jetzt? Okay, da war das oben gerade ein Bug. Hä? Was war denn jetzt? Scheiße. Oh, je. Oh, je. Wie ich mich hier anstelle, Leute. Das soll eigentlich mindestens fünf Minuten lang gehen. Ach, man. Come on. Da läuft ja wirklich Panik, der Junge. Da darfst du dich mal berühren, oder was? Alter, das Spiel ist echt Hardcore. Also, Mario ist es ein Game. Also, du hast dir ganz schön was entwickelt. Shit, jetzt bin ich in die Pfeile gelaufen. Ich würde gerne mal in die Zehnten nacken, ja. Ui, ui. Scheiße. Mit der Scheiße, ja. Äh, naja, wenigstens eine Möse hier. Hank. Ja, Mann. Man kann ihn schlecht steuern. Also, man kann ihn nicht so oft steuern, ey. Hä? Null. Ja, ich glaube es auch gleich. Das muss der Junge sicher auch hier drin aufhalten. Au. Shit, jetzt habe ich ihn einfach mal auflassen. Toll. Ei. Meine Fresse. Das war gerade der Bug, jetzt sieht man es nicht. Okay, Mario's Game, dort oben ist so ein Bug manchmal, dass man die manchmal nicht sieht. Oder gehört das dazu? Ich weiß es nicht. Okay. Panic Girl, aha. Cool. Das habe ich auch noch gar nicht gesehen. Hier. Da gibt es ja unten rechts, dieses kleine Manikigen. Da gibt es ja ein Panic Boy, Panic Girl, Pirate, also im Parat. Fetty. Okay, okay, das sagt schon alles. Und ein Chicken, also nun. Da, der das erstellt hat, ist zwar deutschsprachig, aber der macht das lieber in Englisch so für die allgemeinen im Heid. Also der will das weltweit sozusagen vertreiben. Monster Mau, Eiskavern, Volcano. Gut, da sehe ich jetzt gar nichts. Da muss man dann scheinbar hier draufklicken irgendwie. Und Coins. Okay, drehen wir mal dann. Geil. Okay. Lol, was es hier alles gibt hier in dem Spiel? Mensch, wieso erwische ich dir nicht die 50? Okay, muss man nichts bezahlen, oder was? Von seinen eigenen Coins, dass man... Kann man das mal einmal gucken? Ja, nicht. Ja, okay. Geil, geht, geht, geht. Okay, das ist toll. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, Leute. Also dann, macht's gut. Und seht die Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Bis dann und ciao.